Herzlich Willkommen! Schön, dass Sie auf meiner Homepage sind. Meine Vision ist es, allen Frauen und Mädchen eine körpergerechte und nebenwirkungsfreie Behandlung zu ermöglichen, damit sie nicht nur über ihre Gesundheit nachdenken, sondern sie einfach leben können. Ich biete eine Therapie nach alter Tradition der Frauenheilkunde an. Diese ist frauenspezifisch und gesundheitsbezogen. Über zehn Jahre wurden meine Behandlungen verfeinert und durch internationale Erfahrungen bereichert. Ich nehme mir Zeit für Sie. Dazu gehört, dass wir zuerst Ihre Beschwerden in Ruhe, ohne Zeitdruck besprechen und ansehen. Ich stelle Ihnen dann die Möglichkeiten einer naturheilkundlichen Behandlung vor. Sie entscheiden schlussendlich, wie die für Sie massgeschneiderte Therapieform aussehen wird. Alternativ können Sie zu einem Praxisbesuch auch via Skype, zeitsparend und bequem von zu Hause aus meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Meine Schwerpunkte sind Menstruationsprobleme, ungewollte Kinderlosigkeit und Wechseljahrbeschwerden. Ihre Gesundheit liegt mir am Herzen. Rufen Sie mich unverbindlich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich auf Sie!